Hi zusammen, ich bin die Emmi zu einem neuen Video, jetzt mal ein bisschen ernsteres Thema, obwohl ich nicht immer ernsteres Thema bin. Also die letzten Videos, kann es sein, dass da mal ein bisschen Rauschen im Hintergrund zu hören ist, das liegt daran, dass es wirklich sehr warm ist und ich habe Ventilator an, deswegen kann es sein, dass ihr das Rauschen ein bisschen hört, aber ein bisschen Musik drunter und dann wird es schon irgendwie gehen. Was wollte ich heute mit euch mal ein bisschen bequatschen? Es geht so ein bisschen um Multiplayer-Games, die definitiv Spaß machen, die ganz toll sind, aber meiner Meinung nach auch viel kaputt machen können. Ich habe jetzt zum Beispiel eine ganze Zeit erlebt, dass... Aber in Multiplayer-Games, wo PVP mit drin ist, also wo es um PVP geht, wo man sich gegen das bekämpfen muss und eigentlich ist das... Also ich habe es erlebt, dass sich Leute, die sich ziemlich gut verstehen und Leute, die eigentlich immer miteinander klarkamen und immer Spaß zusammen hatten, sich richtig zerstritten haben. Sich richtig gefetzt und zerstritten haben. Da konnte ich nicht mehr helfen. Jeder, der mich kennt, weiß, dass ich da so gerne mal ein bisschen schlichte und es eigentlich auch meistens erfolgreich schaffe, dass die Leute sich nicht mehr streiten und sich wieder lieb haben alle. Und... Aber ich habe Sachen erlebt und wie sich dann gefetzt wird da. Die Leute reden nicht mehr miteinander, spielen nicht mehr miteinander, fangen sogar an, sich gegenseitig... Keine Ahnung... Ich will jetzt nicht sagen, zu stalken oder so, aber es ist wirklich schon richtig heftig. Und da... Das ist so ein Punkt, wo ich denke manchmal, ich verstehe das nicht. Ich verstehe das einfach nicht. Ich meine, ich kann auch manchmal wütend werden, wenn was nicht klappt und so. Aber, ähm, hinterher, so nach ein, zwei Mal drüber schlafen, sollte das alles eigentlich vorbei sein. Und genau das ist das Problem. Äh, ganz oftmals ist es nicht vorbei. Die werden sich... Das restliche Leben, äh, hasst... Es gibt wirklich Leute, die sich standen seitdem, hassen, nie mehr miteinander reden und andere Leute, die wieder zwischen den spülen, sie ziehen das... Den meisten. Ich. Und die sind dann im Nachteil. Die sind dann fett im Nachteil, weil... Der eine denkt, man redet mit denen, der andere will aber auch und... Und... Aber beide nicht miteinander und ich... Ich kann es nicht beschreiben, aber es ist scheiße. Überlegt euch mal wirklich, das ist ein Spiel. Das ist wirklich ein Spiel. Und im TS ist man... Zusammen hat Spaß, weil ich habe beobachtet, wenn man kein Spiel zusammenspielt, sondern einfach mit einem TS zusammen rum... Hängt. Hängt, sagt man, glaube ich. Ähm... Es passiert immer wieder, dass die Leute sich streiten und es ist so selten geworden. Und... Wie das ungefähr aussieht, wenn man, äh... Wenn es nicht um ein Game geht, sondern einfach nur praktisch private Gespräche, äh... Das könnt ihr in den Videos sehen, wo es bei mir um Imperium Backstage geht. Da... Das sind Sachen, die aufgenommen werden, ähm... Von mir natürlich nicht am Stück, sondern... Ich schneide mir natürlich so die Wörter so ein bisschen zusammen, wie ich sie brauche. Aber, ähm... Sowas kommt dabei raus, wenn es nicht um ein Game geht. Wenn es nicht gerade darum geht, miteinander zu kämpfen oder sonst was. Und, äh... Dabei fühle ich mich immer sehr wohl. Wenn es dann aber so um Abminderbar ist, das ist auch mit einem Grund, warum ich sie nicht mehr so gerne mache... Oder überhaupt nicht gerne mache, ähm... Wenn es dann da so geht und du sitzt dann da und beide wollen aber ihr Recht haben. Äh... Du aber als Abminder sitzt und denkst, ähm... Ja, aber ich kann es nicht mehr nachweisen. Also, ich kann euch beiden nicht mehr helfen. Ich kann weder dem einen Recht geben, noch kann ich dem anderen Recht geben. Ja? Und das ist so, ähm... Ja, es ist schwierig. Und deswegen überlegt euch mal kurz. Es ist ein Spiel. Es ist wirklich ein Spiel. Versaut euch das nicht mit Leuten, mit denen ihr euch eigentlich versteht und spazieren. Was, äh... Habe zusammen. Und deswegen, ähm... Und das würde ich jetzt gerne mal sagen. Ich könnte eigentlich ein längeres Video über dieses Thema drehen. Aber ich habe mir vorgenommen, kürzer zu bleiben. Es sind jetzt auch schon einige Minuten wieder rum. Und diese Video-Talk-Videos sollen einfach... Aber da sind so ein paar Gedanken mal von mir, die ich euch ja mitteilen wollte. Das habe ich ja Bescheid gesagt, dass ich das machen wollte. Und, ähm... Und, ähm... Denkt einfach mal drüber nach. Es sind nur Spiele. Und ja, man fetzt sich auch mal. Das gehört dazu. Aber danach sollte es auch eigentlich wieder alles normal laufen und sein. Und, ähm... Ja. Aber diese Kriegerei, oh... Mich stresst das immer total. Ich bin danach nicht total fertig fertig, wenn ich solche Streitereien mitkriege. Ähm... Und deshalb, äh... Habe ich gedacht, ich mache dieses Video darüber. Und vielleicht denkt der eine oder andere darüber nach. Und, äh... Ja. Die Leute verstehen sich wieder was besser. Also ich würde mich freuen, an euch dann wieder zu sehen. Und mit euch wieder was sagen. Ähm... Nein. Das Gespräch ging jetzt nicht um mich. Weil ich versuche mich eigentlich so sehen wie möglich zu streiten. Äh... Kommt auch vor, ja. Aber, ähm... Überwiegend hab ich Spaß. Ja. Mit den ganzen Leuten. Ich verstehe mich mit den meisten Leuten richtig gut. Also... Denkt drüber nach. Das habe ich jetzt bestimmt schon so zehnmal gesagt. Ähm... Also bis dann. Ciao, ciao.